Hallo Mädels, heute geht es auf meinem Blog, nein, nicht um meinen Hund, der Leopold, sondern um das Thema Mantel. Ja, eins kann ich euch verraten, ganz gleich für welche Wetterlage, ein Mantel solltet ihr auf jeden Fall im Kleiderschrank haben. Egal ob ihr ihn dann zu Sneaker oder zu Schuhwerk mit hohen Hacken tragt, also so ein Mantel verleiht jedem Outfit, finde ich, im Handumdrehen und auf die Schnelle eine ganz besondere Note. Wie ihr seht, macht mein Kurzmantel oder besser gesagt der Bläsermantel vom Klost, mein sehr praktisch lässiges Outfit, bestehend aus einer Jogginghose, einem Shirt und Sneaker Hoki Zoki Mondain. Klar gefallen mir auch die super coolen Oversize-Mäntel, doch leider fehlen mir dafür so ein paar Zentimeter an Körpergröße. Aber egal, Oversize geht auch auf der Nase und am Finger. Ja, auf meinem Blog habe ich noch ein paar Tipps für euch, wie und wo ihr den perfekten Mantel findet, welcher Mantel, welche Problemzone am besten kaschiert und wie ihr Fehlkäufe vermeiden könnt. Also schaut vorbei, ich freue mich auf euren Besuch und sage Bye-Bye, bis zum nächsten Outfit, eure Happiness. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020